So, es geht weiter mit Kingdom Hearts 3,48 und zwei Tage. Letztes Mal haben wir Agrabah ein bisschen näher erforscht, haben eine Wunderhöhle gefunden. Und tja, jetzt wollen wir sehen, wie es weitergeht. Was für ein Papyrus bitte, Roxas, gib mir ein. Überreichen, ja. Nimm das dafür. Okay, gib uns dafür Sion jetzt bitte. Das ist sehr schön. Ich frage ihn nach Sion, kümmer dich um deine Mission. Klinger ist dann später herausgekommen. Schwerer sind wir nicht mit Leuten. Schwerer sind wir nicht mit Leuten, ja. Highpushen können wir eins mitnehmen. Dann... Wieder auf jeden Fall. Feuer. Aber müssen wir zweitmal wieder. Das brauche ich momentan nicht. Ja, lass das mal so. Heute. Was kann ich bei dir... Kann ich was eintauschen bei dir? Ich könnte ein Mega Potion schmieden. Brauche ich eigentlich nicht so wirklich die Limitaufladung. Ich komme bisher ganz gut auch so klar. Und ich würde sagen, wir brauchen noch eine Highpushen. Ja. Okay, damit kann ich erstmal leben. Aber ich würde sagen, machen wir weiter. Bei den Missionen wirst du eine neue Welt besuchen. Oh. Die wäre... Die wäre... Ach, das ist, glaube ich, Beast Castle, oder? Die müssen wir aus dem Feldfeld auf dem See gehen. Ja, ich glaube, es wird das Schloss des Biestes sein. Ja. Das ist das Schloss des Biestes aus Kingdom Hearts 2. Beast Castle. Das Schloss des Biestes. Das ist das Schloss. Was war das für ein Brüllen? Das kam von drinnen. Vielleicht der Herzlose, der nämlich hierherbinden. Ich werde schon herausfinden. Zeit reinzugehen und sich mal umzusehen. Okay, und... Da sehen wir auch schon zwei Truhen. Gehen wir gleich mal hin. Und öffnen sie. Okay, es sind, glaube ich, Kingdom Hearts 2, Herzlose. So, dann dieser... Dieser böse Hund vor allem. Ist, glaube ich, das Kingdom Hearts 2. Vielleicht schaue ich mal an, wie man das irgendwie einstellt. Mit der Tastenbelegung. Hauptziel ist ja der Feldwebel, den wir besiegen müssen. Darum geht es ja in der Mission. Das können wir auch gleich mal machen. Was dann passiert, wenn wir die ganzen Statuen da einfügen. Mit dem Kombus riecht praktisch, eigentlich. Also, Weihnacht. Das ist doch einer. Ein böser Hund. Tschüss. Deck 2. Ach so, das muss ich mal sogar machen. Hm. Huh? ich habe jetzt einen raum den haben wir gegen maz 2 nicht gesehen also diesen flur den hof von vorhin hingegen hat man king maz 2 gesehen das war derselbe so die mission ist noch recht einfach das zumindest nicht der klapper soldat und tschüss klapper soldat so machen wir eine tür nehmen aber gleich noch eine neue kiste zu sehen ja side potion da geht es nicht lang es kann auch sein dass es jetzt die tür werfen da draußen schauen wir mal nach so komme ich ins schloss rein oder war das ganze noch für eine truhe wirklich nicht muss man verschlossen sein hier auf der anderen seite war kein geheimgang ok dann muss das da weitergehen hier geht es nicht weiter hier geht es auch nicht weiter aber hier oben sehen wir was ok dann glaube ich oberhalb der eingangshalle wenn ich es so richtig sehe da ist der weg und ja wir sind oberhalb der eingangshalle furchtbar still hier ist jemand zu hause da ist mein ziel ok erscheint der feldwebe zu sein dürfte kein großes problem sein und tschüss ja das war die ganze mission ist überledigt zurück zum schloss Zeit zum schloss zurückzukennen hoch was war das noch eine herzlose oder was noch schlimmeres also 6 befehl lautet nach abschluss der mission zum schloss zurückzukehren ich mache mal lieber schloss ok tun wir das und gehen zurück zum schloss komme ich denn jetzt hier raus ich werde die Tür einfach entriegeln ja mach einfach mal die Riegel weg und schon können wir nach draußen ok erste mission im schloss des pieces ist geschafft wo ist axel ich hoffe es ist okay ok achsel nicht dann wir kriegen ja ein stufen ab sehr schön tag 74 das trio aufgewacht schlafmütze entschuldige ich war lange auf konnte nicht schlafen ich habe sykes wegen schieren gefragt und sie ist für eine mission nicht zurückgekehrt aber weshalb konnte sie befehl nicht erfüllen keine ahnung was werden wir heute herausfinden wieso wir beide werden nach ihr suchen das ist unsere heutige mission ernsthaft nein das habe ich mir alles ausgedacht du kannst dich wieder hinlegen ja ich meine es ernst jetzt mach dich schon fertig ok ok neun tagbuch eintrack haben wir auch und ein bisschen rucksack dass ich weiter reitams tragen passt es noch irgendwo rein nein das passt schon so das wird schon so passen wir gucken mal ins tagbuch rein was da drin steht wo ist shion nach meiner mission wollte ich mit anderen eishessen gehen eishessen aber ich konnte shion nicht finden ich habe sie mindestens 10 tage nicht mehr gesehen axel fragte er würde sykes fragen was los sei wo wir gerade bei axel sind er war heute nicht beim uhrenturm ich würde mal meinen wir fangen die nächsten mission schon mal an und setzen in der nächsten folge die mission fort shion's aufzuhalten soll ich die karte für dich befragen und ehrlich gesagt hast du schon mal geschmieden man so tu mal was aus zwei potion taffeln sebastian gib mir bescheid wenn du es getan hast oder fangen wir das nächste mal die mission an vermutet dass shion irgendwo in twilight town steckt ja dann das hier für den fall ah ja war wunderbar wieso was aus zwei potion tafeln schmieden ja high potion und jetzt hey geschafft schmied ist nützlich denk mal dran ja das kannst du haben ja ein combo tag ja danke sehr nice das kann ich sehr gut gebrauchen und ich glaube wir werden uns doch im nächsten part eher nach shion gucken weil ja dann haben wir etwas mehr partzeit und ich glaube es hat damit zu tun mit diesem tag mod ja gut das lassen wir mal so ist ja im grunde schon recht in ordnung gut dann passt es ja zeitlich dann würde ich sagen das war's für diesen part von kindermar style 58 und two days genau bis zum nächsten mal ciao